Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir diese Wochenübersicht mit Muscheln malen. Ja und das ist auch gar nicht schwer. Es ist ganz schnell gemacht. Du brauchst nur ein paar Stifte, damit du ein bisschen Farbe da reinbringst und dann kann es auch schon losgehen. Und dafür brauchst du? Erst einmal dein Bullet Journal, die Tombow Dual Brush Band, hier den N15 und die 743 und 873 und natürlich den Micron Fine Liner und einen weißen Edding. Ja, wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Für dieses Spread nehme ich im Bullet Journal eine ganze Seite, denn ich möchte auch noch einen kleinen Kalender da reinpacken. Ja und ich habe mir hier ein paar Punkte gemacht, damit ich jetzt weiß, wo ich die Striche machen muss. Und zähle das jetzt einfach nochmal aus, damit ich ganz sicher bin, dass das alles so richtig ist. Und du kannst natürlich auswählen, welche Punkte du wo setzen willst und wie lang und breit du das haben willst. Ja, deswegen werde ich dir jetzt auch hier nicht die Punkte vorschreiben bzw. nennen, sodass du das ein bisschen freier gestalten kannst. Ich sage dir aber, ich mache das Ganze jetzt hier ja, aus der Hand. Ich möchte das nicht so gerade haben, deswegen werde ich das jetzt einfach mit der Hand versuchen, natürlich möglichst gerade zu malen. Aber ja, es muss nicht hundertprozentig sein. Ich male auch am Anfang erst einmal die Muschel. Warum? Die Box muss ja drum herum. Und diesmal kann ich das nicht faken wie bei dem Spread mit den Vasen, sondern muss wirklich erst die Muschel vorne haben und dann den Rest dahinter. Aus dem Grund, ja, mache ich das jetzt erstmal nicht so und lass in der Mitte einfach ein gleichbleibend Platz für den kleinen Kreis. Der wird dann mit dem schwarzen Tombo einfach komplett ausgemalt, damit das immer einigermaßen gleich aussieht. Weil es ist zwar mit der Hand gemalt, aber es soll natürlich auch noch irgendwie ein bisschen ordentlich aussehen. Und aus dem Grund mache ich das einmal so. Also klar, erst einmal die Muschel malen und wenn die Muschel gemalt ist, dann kommt die Box drum herum. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.